Lev Yashin, die schwarze Spinne, derjenige, der das moderne Torwartspiel einführte, so wie wir es heute von zum Beispiel Manuel Neuer kennen. Unter anderem ist er der einzige Torhüter, der jemals den Ballon d'Or für sich gewinnen konnte. Er gilt noch bis heute als einer der besten Torhüter aller Zeiten. Doch wisst ihr wirklich alles über Yashin? Damit herzlich willkommen zur vierten Folge Know Your Icon. Der am 22. Oktober 1929 geborene Lev Ivanovich Yashin kam im Moskauer Stadtteil Boroskoje auf die Welt als Sohn einer Familie von Industriearbeitern. In Moskau wuchs er auf, daher auch naheliegend, dass er für Dynamo Moskau im Tor stand. Anfangs wollte Yashin gar nicht als Torhüter, geschweige denn als Fußballer anfangen. Er hoffte vielmehr darauf, den der einst herrschenden Schachweltmeister Michael Bodvonik abzulösen. Neben dem Schach spielte er auch noch Basketball, Tennis, Wasserball, hütete das Eishockey-Tor und trainierte auch noch im Fechten. Als er dann zum Fußball fand, fing er damals noch im Sturm an. Jedoch stand seiner Karriere im Fußball noch eine große Sache im Weg. Der Zweite Weltkrieg. Während des Krieges zog Yashin mit seiner Familie nach Ulyasnovk. Dort begann er eine Lehre zum Schloss ab. Als er 1944 wieder nach Moskau zurückkehrte, wurde er drei Jahre später zur Armee eingezogen. Er diente als Mechaniker bei der Luftwaffe. Dort konnte er auch wieder Fußball spielen im Luftwaffenteam Kiraljas Sowjetov. Diesmal sogar im Tor. 1948, im Alter von 19 Jahren, sollte es dann erst richtig für ihn losgehen. Der damalige Cheftrainer Tchernischov erkannte die unglaublichen Reflexe, die Yashin in sich hatte. Dieser schuldte ihn auch gleichzeitig endgültig zum Torwart um. Dennoch hatte Yashin einen schweren Start. Er saß hauptsächlich nur auf der Reservebank. Nun fing er an, im Sommer weiter als Torwart für Dynamo Moskau auf der Bank zu sitzen und im Winter hielt er dann den Kasten des Eishockey-Vereins Haka Dynamo Moskau sauber. Ab 1953 mit 23 Jahren galt seine Karriere hauptsächlich dem Fußball, denn er wurde endgültig Stammspieler. Zu der Zeit spielt seine Baby-Icon. Yashin spielte insgesamt 20 Jahre für Dynamo Moskau. In dieser Zeit hatte er 326 Pflichtspiele, in denen er 119 Mal die Weiße Weste halten konnte. Natürlich blieben da die Erfolge auch nicht aus. Mit Dynamo Moskau wurde er insgesamt fünfmal sowjetischer Meister und dreimal sowjetischer Pokalsieger. Doch vor allem stach Yashin durch seine Spielweise heraus. Mit 1,89 Meter Körpergröße war er eine Wand. Eine Wand, die nicht nur herumstand. Yashin involvierte sich in die Spiele, wie es keiner vor ihm tat. Er gilt als Vorlage des modernen Torwarts. Einer, der mitspielen konnte. Nebenbei waren auch seine Reflexe nicht von dieser Welt. 1963 soll er während eines Elfmeterschießens alle fünf Elfmeter gehalten haben. Dies schaffte vor und nach ihm niemand anderes. Dieser Song widmet EA seine Prime-Karte. Insgesamt soll Yashin 150 Elfmeter während seiner gesamten Karriere gehalten haben. 1971 gab er dann sein Abschiedsspiel für Dynamo Moskau sowie die Sowjetunion. Vor 104.000 Zuschauern. Anschließend war er noch auf Funktionärsebene tätig. Apropos sowjetische Nationalmannschaft. Natürlich war die schwarze Spinde auch für die damalige Sowjetunion unglaublich. Als erste Mannschaft überhaupt gewann man die EM. Damals Europapokal der Nation. 1960 konnte man das Finale gegen Jugoslawien nach 2 zu 1 Sieg nach der Verlängerung für sich entscheiden. Dem 2 zu 1 Sieg gegen Jugoslawien wurde seine Prime-Moments-Karte gewidmet. Dem ganzen Turnier seine Mid-Icon. Ebenfalls konnte man mit der Sowjetunion Olympisches Gold 1956 holen. Insgesamt spielte er 13 Jahre für die UdSSR und absolvierte 74 Spiele. Seinen Spitznamen, die Schwarze Spinne, erhielt er übrigens auf Grunde seiner stets schwarzen Kleidung. Bis heute ist Yashin der einzige Torhüter, der jemals den Ballon d'Or gewinnen konnte. Ebenfalls wurde er von der International Federation of Football History and Statistics zum besten Torhüter des 20. Jahrhunderts gewählt. Gerade einmal im Alter von 60 Jahren starb Yashin 1990. Nachdem der leidenschaftliche Kettenraucher schon mit mehreren Schlaganfällen und den Amputationen seiner beiden Beine zu kämpfen hatte, starb er schlussländlich an Magenkrebs. Möge die Schwarze Spinne in Frieden ruhen. So Freunde, das soll es dann wieder mit der heutigen Folge No Yo I Can gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo auf dem Kanal da, würde mich alles freuen. In dem Sinne Freunde, wieder schauen, reingehauen, haute rein, ciao.